auf. Willkommen zu unserer Mittwochsauszeit. Ein typischer Novembertag, der bei uns hier mit Sonnenschein begann und mit November, Regen, fast schon eisiger Regen endet. Und es wird die Zeit, wo wir uns es richtig gemütlich machen können. Und auch jetzt in dieser Auszeit machen wir es uns gemütlich, aber in einer Form der gemütlichen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Und die Achtsamkeit lenken wir auf unseren Atem. Heute in dieser Auszeit geht es ganz besonders um unseren Atem. Der Atem, der in dich fließt wie in ein Gefäß, der dich bis in die letzte Zelle ausfüllt und es dich atmet. Gib dir einen Moment Zeit, um anzukommen. Die Gedanken des Tages fallen zu lassen, so wie die Regentropfen vom Himmel fallen. Und kehre mit deiner Aufmerksamkeit zum Atem. Nimm wahr, wie der Atem durch deine Nasenlöcher strömt. Bei der Ein- und bei der Ausatmung. Und wenn wir dem Luftstrom folgen, bemerken wir, wie es das Brustbein hebt. Wie die Schultern leicht in die Höhe wachsen. Mit der Einatmung und mit der Ausatmung wieder sinken. Nimm auch deinen Rücken wahr. Und zu deinem Rücken gehören die Schulterblätter. Und atme ganz bewusst in deine Schulterblätter. Lass sie mit der Einatmung heben und mit der Ausatmung sinken. Vielleicht sogar etwas tiefer sinken lassen als zuvor. Heute wollen wir ankommen. Wir wollen einatmen und ausatmen, um anzukommen. Wenn mit der Einatmung Schulterblätter und Brustbein sich heben, wird auch dein Bauch sich leicht nach vorne wölten. Und wenn du ganz bewusst und tief atmest, nimmst du wahr, wie sich sogar die Flanken etwas weiten. Wie sich der Druck gegen den Bund von deiner Hose oder deinem Rock weitet. Mit der Einatmung und mit der Ausatmung wieder zurückkehrt. Mit der Ausatmung sinken wir etwas tiefer in unsere Unterlage hinein. Mit der Ausatmung kehren wir wieder daraus empor. Das Einatmen ist ein Sich-Öffnen. Das Ausatmen ist ein Abgeben und Loslassen. Bis in deine Fußsohlen, in deine Zehenspitzen breitet sich der Atemzug fort. Wir merken, wie sich unsere Füße ganz sanft etwas stärker gegen den Boden oder das Leder oder den Stoff unserer Schuhe pressen. Einatmen. Ausatmen. 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 Ankommen. Mehr braucht es nicht. Das Einatmen und Ausatmen ist wie sich auf eine Reise machen. Wir öffnen uns. Wir gehen auf etwas zu. Wir lassen los. Wir lassen etwas hinter uns. Einatmen. Ausatmen. Und ankommen. Beobachte ganz aufmerksam diesen einen Atemzug. Beobachte ganz aufhören. Und während du deinem Atem folgst, werde dir des Lebens bewusst, deines Lebens und wie es dich atmet. Der weiße Rat unserer Ur- und Ur-Urgroßmütter ist aktueller denn je. Gerade in Zeiten, die uns stark herausfordern. Jetzt atme erst einmal tief durch. ermunterten sie, wenn eine Situation einen zu überfordern schien. und sie behielten. Und sie behielten immer recht. Ein achtsames bewusstes Ein- und Ausatmen ist ein Wieder- zu sich finden. ein Wiederfinden, ein Wiederfinden, ein Ankommen. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Ankommen. Hier und jetzt. Einatmen. Ausatmen. Zu dir kommen. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Ankommen. Mehr braucht es nicht. Es klingt so banal oder fast zu banal, als dass wir daran glauben wollen. Immer meinen wir noch etwas mehr zu brauchen. Und es ist auch das, was uns tagtäglich gesagt wird. Dabei haben wir alles, um vollkommen zu sein. Jeder auf seine ganz einzigartige Art und Weise. Konsum. Reichtum. Macht uns nicht zu mehr. Wir werden nicht mehr als das, was wir sind. und es ist mehr als genug. Das ist das Gesetz des Lebens. Schau dich um. Schau die Pflanzen. Die Vielfalt in der Natur. von Moos bis Flechten, bis Gräser, Fahne, Bäume und wundervolle Blumen. Bis zu den Insekten, Amphibien, Vögeln und Säugetiere. Jede Art ist für sich vollkommen. Auch der Mensch braucht nicht mehr, um vollkommen zu sein. Einatmen. Einatmen. Ausatmen. In dir ankommen. Mehr braucht es nicht. Was zählt ist, dass du, nur du an dich glaubst. Es geht nicht darum, dass andere an dich glauben. Es geht darum, dass du, du an dich glaubst. Mit jedem Atemzug bist du dazu aufgefordert, einatmen, ausatmen, in dir ankommen. Sag zu dir selbst. Ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam beobachte ich diesen einen Atemzug. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Lass dich in dich selbst fallen. Lass dich in dich selbst fallen. Erfahre anzukommen. Erfahre anzukommen. Einatmen. ist ein sich öffnen, um im Leben zu sein, verbunden zu sein und in Verbindung zu kommen. Leben. Leben braucht Offenheit. Ohne Offenheit kein Leben. Ein verschlossenes Gefäß kann sich nicht füllen. Öffnen dich zu öffnen. Was bedeutet das für dein Leben? Ein verschlossenes Gefäß kann sich nicht füllen. Ausatmen. Ausatmen, sich lösen von etwas, um im Leben weiterzukommen. Leben braucht Loslassen. Ohne Loslassen kein Leben. Lösen. Dich zu lösen. Was bedeutet das für dein Leben? Wir atmen ein. Wir atmen aus. Immer sind wir unterwegs. Räumen wir uns auch Zeit ein, um anzukommen. Räumen wir uns auch Zeit ein, um zu uns zu kommen. Ankommen. Bei sich sein. Bei sich sein. Der oftmals vergessene, wichtigste Moment. Leben braucht Ankommen. Ohne Ankommen kein Ich, kein Du, kein Sein. Was bedeutet dies für dein Leben? Das Ankommen steht dir zu. Erlaube es dir. Einatmen. Um aufzunehmen. Ausatmen. Ausatmen. Um loszulassen. Ankommen. Ankommen. Ankommen bei dir. Ankommen, um weitergehen zu können. Ankommen. Ankommen. Mach eine Pause. Zwischenein- und ausatmen. Verweile einen Moment. Aber halte den Atem nicht an. Lass das Leben atmen. Lass das Leben sein. Ich muss nicht immer atmen. Ich muss nichts tun. Zu sein, nur zu sein ist Nichtstun. Das Leben atmet. Das Leben kommt. Das Leben geht. Genieße das Atmen. Genieße das Sein. Das Leben ist Atmen. Das Leben ist Sein. Ich bin Atmen. Ich bin Atmen. Es gibt nur Atmen. Es gibt nur Sein. Reden während des Atmens. Reden während des Seins. Reden während des Seins. Reden ist Atmen. Reden ist Sein. Reden ist Sein. Einatmen. Um dich zu öffnen und mit neuem Leben zu füllen. Ausatmen. Um abzugeben und loszulassen. ankommen, um zu dir zu kommen. Erlebe diesen einen Atemzug. Es kommen und gehen vom hier zum jetzt. Du bist angekommen. Amber, dass Du das. Dein Beklemmung включest. Dankeschön, ich danke euch vom ganzen Herzen und wünsche euch noch einen wunderschönen Ausklang aus dieser Meditation.